Musik Hallo und herzlich willkommen auf dem Reiterhof Frauenholz in Lohe bei dir. Mein Name ist Kim, ich arbeite seit fast zwei Jahren hier auf dem Reiterhof. Wir sind ein Reiterhof mit über 70 Pferden. Wir bieten Reiterferien an, Reitwochenenden und Schulklassen kommen auch zu uns. Wenn ihr eure Ferien bei uns verbringt, reitet ihr pro Tag einmal in der Reithalle und einmal im Ausritt. Ihr werdet je nach Reitkenntnisse in verschiedene Reitgruppen eingeteilt. Musik Unsere Pferde werden von den Ferienkindern versorgt. Sie missten und füttern. Musik Zum Abschluss jeder ganzen Ferienwoche nehmt ihr an einer Schnitzeljagd teil. Anhand einer Karte reitet ihr im Wald verschiedene Punkte an und müsst Fragen beantworten. Musik Nennt Pferderassen, die typisch sind für die folgenden Pferdesportarten. Schau mal Isländer aus. Bei genügend Schnee gibt es neben den Ausritten auch Schlittenfahren mit dem Pferd. Musik Nach einem langen kalten Tag könnt ihr euch gerne in unserem Whirlpool oder Dampfbad aufwärmen. Wenn ihr jetzt so richtig Lust auf uns bekommen habt, würden wir uns freuen, euch demnächst auf dem Reiterhof Frauenholz in Lohe begrüßen zu dürfen. Natürlich auch im Sommer. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.